Willkommen zur 19. Mario Kart 8 Online-Folge. Zusammen mit dem Herrn Emil. So, wie gesagt das? Okay, ja, und wir starten wie immer hier und damit geht's rein in die neue Runde. Bis gleich. Und da sind wir auf dem zuckersüßen Canyon mit paar... Scheiß, hab ich die Äxteregel richtig eingestellt. Ich sag ja nichts dazu. Das war natürlich nicht ernst gemeint, doch es war, es war so halb ernst gemeint. Ähm. Ich kann ja auch weg. Das hat das mit, mit Skill zu tun, dass ich vor dir... Sagt er, hä, ist es zwei, das ist 200, hab ich ganz vergessen. Aber wir haben uns darauf geeinigt, dass es 200 ist. Und nur mit Pilzen. Mit Pilzen? Nur mit Panzern. Äh, Panzern. Und wir haben Toadette in unserem Team. Wir haben mich schon gewonnen. Ja, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir 200 machen. Also das ist jetzt kein extra Special mit den 200. Aber ich find's witziger und... Wow, man sieht mal. Weil das ist jetzt nicht so gut. Aber ich mach damit ab. Ah, ich hab schon wieder schön viel Pech. Ah, du bist noch weiter hinter, also. Ja, ich hatte auch so Pech. Okay. Wir haben beide viel Pech. Das wird ja jetzt der... Ja, da kommt einer. Ein Metall Mario. Hm. Das wird jetzt... Wir haben einen Ball. Nein, nein, nein. Aber nicht nach vorne. Also nicht auf dem 9. bitte. Hm. Ja. Äh, 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 äh. Was wollt ich jetzt sagen? Ich hab schon wieder vergessen. Dein Ernst? Ich würde sagen, dass du auf mich geschossen hast. Das stimmt ja gar nicht. Also, ich finde es auf jeden Fall witzig. Wir haben 200 wieder. Und diesmal scheint der Emil auch irgendwie witzig ein bisschen zu finden, zumindest, weil er hat mir... Weil ich andere Leute abwerfen darf. Ja, er hat mir seinen Einstimmler zugegeben. Für die 200. Ja, er mag zwar nicht so sehr, aber mein Gott. Also, ich hasse Panzer und ich hasse 200 TTM, aber... Sonst ist alles... Und das ist so gar nicht gesagt. Ich mag doch mal die Map. Ich habe gerade... Oh, ich habe gerade... Ich habe es gerade nicht gesehen. Ich habe gerade auf die Map gekauft. Guckt. Wow, 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 wow. Und das Spiel auch nicht mehr. Übrigens, kleiner Tipp. Ich würde da immer bremsen, wenn du da oben bist. Ja, wenn du unten... Oder, keine Ahnung. Ja. Weil entweder bremst man oben oder unten. Also, oh, schon vorbei. Achso, ja, sind ja 200 sehr schnell. Oh. Er hat sich noch gerecht. Das ist aber... Das ist so ein Mobbing. Ja, also, das heißt recht. Okay, dann... Ja, gut. Ähm, erster und zweiter. Aber, ja, witzig. Okay. Dann würde ich sagen, sieben uns gleich wieder. Und es sind wir auf Varus Arena. Ich glaube, wenn ich danach nicht gehe, bin ich ein bisschen am Arsch. Glaubst du? Okay. Dann schau. Nee, ey, dann gleich. Ja. Hm. Hm, 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 hm. Okay, ähm. Und die Musik. Münzen sind natürlich immer dabei, wo keiner Münzen mag, weil sie unnötig sind. Oh. Und 200 ist halt echt schnell. Okay. Wow, man springt einfach. Oh. Man springt drüber. Ja, ich... Ja, über das eine. Bitte, lass mich nur ein Item bekommen. Das ist unfair. Hm. Ach. Hallo, Scheigeil. Also bitte nicht auf den Schimpf werfen, falls du... Ah, ja. Gut. Nein, den wollte ich gar nicht abschießen. Hallo, dass mich überholt. Ich bin der Achte. Was ist das denn, was man kann? Hm? Ein Büro... Einen abwerfen mit dem roten Panzer, bevor der... Kürzbevorfall bis... Sein Beschleunigungs-Ding ist. Jupp. Ach, den könnt ihr... Er... Uh. Äh, na. Es war gerade... Dann fahre ich auf so einer halben Aufholjagd und dann schießt mich dieser Tod einfach ab. Huh. Naja. Äh. Äh. Ich war erster und jetzt bin ich zweiter. Ja, wow. Ist ja sehr schlimm, also, verstehe ich schon. Und jetzt kommt dein erster Item. Jetzt bekommt... Es gibt kein erster Item. Hä? Doch. Nein. Ach, doch, erster Item ist auch... Alter. Erster Item ist ja auch ein Panzer. Verarschen. Oh, ich kann dich... Ich war erst aber getroffen. Dann bin ich kurz gegen die Wand gefahren. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Dann bin ich abgeworfen. Dann bin ich nochmal abgeworfen. Und jetzt werde ich nochmal abgeworfen. Ich habe mein Baby... Ich habe gerade fast meinen roten Panzer eingeholt. Zack. Und natürlich, man kann ja natürlich durch den Kreis springen, aber nein, ich muss genau durch eine Feuerflüge. Gerade eben, es läuft nicht bei mir, aber ich bin auch nicht so... Also, ja, na. Naja. Was soll man... Hä? Ich... Ich habe gar nicht falsch gedüftet, eigentlich. Ach, ne. Du bist... Ich habe... Ich bin das Gleiche. Doch, ich hasse. Ich würde noch sechster. Ja. Und dann immer aufregen. Du regst dich immer gleich auf. Das verstehe ich nicht. Ach. Ja, weil ich... Das war Lemmy. Hm? Lemmy hat mich abgeworfen. Ja. Instrumentalpiste. Und ich... Ich zeige ihm gerade immer mit Ausdrücken, was ich meine. Total schwach. Okay, ja. Ähm, 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 ähm. Simon hat... Schau mal, am Rand springen... Im Springen, so. Ja. Töne. Grüne. Ach, diese... Töne. Töne, Noten, Blöcke, Noten. Ja, Töne. Noten, einfach. Keine Ahnung. Äh, Hilfe. Lemmy, du. Ich kriege dich. Ich kriege. Ich habe drei grüne Panzer. Ich bin... Warte, ich bin zweit und habe drei grüne Panzer. Wen treffe ich nicht? Den ersten. Wow. Ich bin voll scheiße, dass da kein gescheiter Rand ist. Oh, ich habe nicht auf Fahnen gedrückt. Ups. Ach. Ach, das hast du. Dankeschön. Ja, gut. Darf. Dafür wollte ich jetzt gerade noch den Baby Mario abwerfen. Und da habt ihr dafür noch einen vom Live-Karten. Ja. Wie du gesehen hast, vielleicht. Jop. Haha, grüne Panzer. Okay. Todette ist in unserem Team. Wir müssen es eigentlich gewinnen, weil ich meine Todette. Todette ist immer gut. Ah. Oh. Soll ich es vielleicht halten? Äh, zack. Ui. Ich war, glaube ich, in unserem Team. Da schon wieder Lemmy. Was will Lemmy? Ich fahre immer falsch. Das ist schlimm. Oh. Okay, ich kann mich vergessen. Ich fahre immer runter. Immer. Ja, ich auch. Ich kann, man kann nichts dagegen machen irgendwie. Also, wenn man ein Mensch ist. Ich verstehe es nicht. Oh, ich wäre gerade fast in meinen eigenen grünen Panzer ein. Was ist das Schlechteste, was man bekommen kann? Grüner Panzer. Eigentlich außer Münze halt. Ja, hatte ich auch gerade. Einen. Und ich bekomme es als Neunter, beziehungsweise als Zehnter. Hatte ja auch gerade einen. Okay, Toad wird noch abgeworfen. Vielleicht können wir da noch irgendwas retten. Nein, weil ich ja selbst abgeworfen werde von Baby Mario. Ich würde von Bewohnerin. Kannst du ja ans Mikrofon. Oh, es geht ja noch weiter. Ich habe aufgehört zu lenken. Oh, ich habe ein erster Item mal wieder. Also, ich mache es erstmal wieder. Ja, echt mal wieder. Ist ewig her. Es geht ja noch weiter. Hua. Ach, jetzt. Hä? Wie kann man da ausweichen? Es geht nicht. Es ist physikalisch einfach unmöglich. Ich werde schon wieder von allen Items der Welt getroffen. Also, von einem grünen Panzer sind ja alle Items der Welt. Und da muss ich jetzt am Boden, damit ich noch ein Item bekomme. Ich kriege natürlich trotzdem kein Item. Toad ist vor mir. Immer dieser Toad to Toad. Naja. Sechste ist jetzt nicht das Beste. Aber, mein Gott. Da musst du nur einmal nach auf Drift drücken, dann geht es eigentlich. Oder zweimal manchmal. Ja, Bewohnerin hatte ich fast noch eingehört. Die Bewohnerin. Ja. Die ist ja auch. Die hat mich die ganze Zeit abgeworfen. Die ganze Zeit. Naja. Und ich sie dann auch. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir in die letzte Runde. Und wir sind auf der königlichen Rennen. Piste. Renn, Piste. Die mag ich eigentlich. Die rennige Rennen. Ach, ich laber nur Müll. Mir fällt gerade was auf. Seit wie vielen Jahrtausenden hatten wir diese Map nicht mehr? Ja. Also, ich meine, du spielst ja... Eigentlich war es mal jemals. Ich hatte acht Online-Part dabei. Äh, also war ein Zuschauer. Also bei... Äh, Zuschauer. Bei drei Parts warst du nicht dabei, weiß ich. Und bei einem bin ich mir nicht sicher. Also meine ersten drei Parts war ja nicht dabei. Und beim vierten Part weiß ich immer nie, wer dabei war. Oh, das ist einfach zu schnell. Lemmy. Ah, ich habe eine Idee. Man kann jetzt... Kann man... Ich mache alles falsch. Echt. No. Shy Guy. Ich habe, was ich vorhin auf der Instrumentalpiste fast geschafft habe, wer er ist. Alles klar. Emil, ich habe vorhin... Okay. Ich habe einen grünen Panzer abgeschossen. Das kann man, glaube ich, sogar echt schaffen, Emil. Wenn du einen grünen Panzer abschießt. Okay. Und dann... Ähm... Dann war ich halt... Also 200. Dann hatte ich... Äh... 200? Emil, das war hier. Also wenn man 200 Kubik... Dann grün... Ich hatte einen grünen Panzer. Und dann auf so einer Verschnellerungsplattform. Dann habe ich den grünen Panzer abgeschossen. Bin über die Verschnellerungs- und habe fast den grünen Panzer eingeholt. Ich glaube, bei Mario Kart 8 Deluxe kann man ja zwei Items gleichzeitig haben. Also kannst du gleichzeitig... Ähm... Den Pilz zum Beispiel ganz normal haben. Und dann noch... Ja, anderes... Item. Und ich versuche jetzt mal... Oh ne, es macht keinen Sinn. Ja... Naja. Guck, wenn... Wenn man jetzt hier so abschießt. Ich habe ich den... Naja, gut, jetzt nicht. Aber vorhin ging es fast... Und ich möchte wieder hoch. Danke fürs Abfangen. Ich bin neunter, halt. Warte. Ja, gut. Ich werde nur ab... Ich habe zweimal... Erster Item. Du hast Glück. Du darfst sie nicht überholen. Nein? Nicht überholen! Ja. Ich glaube... Es greift so oder so Daisy an, weil sie von... Ähm... Weil sie, wo ich es abgeschickt habe, erster war. Toll, jetzt habe ich kein Item bekommen. Huhuhu. Hilfe, muss ich kurz husten. Ich konnte jetzt nicht rauskratten, weil es mitten drin war. Na? Was ist das so mit Glück? Zwölfter und Erster. Vorhin war es hier genau andersrum. Und bitte, lass mich nicht als Zwölfte herausgehen. Das wäre... Keine Schande. Aber es wäre... Nein! Baby... Baby Mario. Ich werde meine Ehre verteidigen. Das kannst du mir glauben. Baby Mario. Du kannst mir glauben, dass ich meine Ehre um sowas verteidigen werde, dass... Das ist... Ich werde dir... Nein, 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 nein. Nein, 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 nein die Finger und wir müssen uns beeilen, bis wir sind der E-Mail. Also würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag, macht's gut. Du möchtest nichts sagen, oder? Tschüss. Tschüss, das ist auch was Schönes. Ja, dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag, macht's gut und ja. Ciao. Ciao, kommentieren und bewerten nicht vergessen. Ja, und abonnieren. Wenn ihr wollt. Okay, dann ja, ciao. Ciao.